Schon mit dem Vorgänger hat Sony ein absolutes Luxussmartphone abgeliefert. Das versucht der Hersteller nun mit dem Xperia Z2 noch zu übertrumpfen und nebenbei natürlich die anderen High-End-Smartphones von Samsung und HTC auszustechen. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Los geht's mit dem Gehäuse und dem Display. Das Gehäuse ist in etwa so groß wie das des HTC One M8 und ist ebenfalls aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sony nutzt Glas und Aluminium, um dem Z2 ein sehr wertiges Äußeres zu verpassen. Allerdings sind auf der Glasrückseite Fingerabdrücke besonders gut zu erkennen. Regelmäßiges Putzen ist also Pflicht. Das Z2 ist allerdings deutlich kantiger als etwa das neue HTC One und liegt darum nicht so angenehm in der Hand. Wie schon der Vorgänger ist das Z2 übrigens wieder wasserdicht. Sind die Kappen über den Anschlüssen fest verschlossen, übersteht es ein Wasserbad ohne Probleme. Der Bildschirm misst 5,2 Zoll und löst in Full HD auf. Das Bild ist darum knackscharf. Im Gegensatz zum Vorgänger setzt Sony nicht mehr auf die TFT-Technologie, sondern verbaut ein LC-Display. Allerdings ist dessen Helligkeit mit gemessenen 352 Candela pro Quadratmeter für einen LCD nicht sonderlich hoch. Ansonsten ist das dargestellte Bild richtig gut und vor allem der Blickwinkel ist selbst bei über 170 Grad noch stabil. Viel macht das Z2 in dieser Kategorie nicht falsch. Allerdings haben andere Smartphones in Sachen Handlichkeit und Display noch leicht die Nase vorn. Darum gibt's von uns die Note 2,4. Kommen wir zur Performance. Hier liefern sich die drei Top-Smartphones Xperia Z2, HTC One und Galaxy S5 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In allen Smartphones ist der Vierkerner Snapdragon 801 verbaut. Im Z2 taktet er mit 2,3 GHz. Das ist zwar ein Tick weniger als im S5, dafür packt Sony aber 3 GB Arbeitsspeicher in das Z2. Das Smartphone reagiert damit überaus schnell auf Eingaben. Ruckler konnten wir nicht feststellen. Im Benchmarktest SmartBench 2012 muss es sich aber hinter der Konkurrenz einreihen. 7623 Punkte bedeuten Platz 3 hinter dem S5 mit 8909 Punkten und dem HTC One mit 9302 Punkten. Im Benchmarktest 3D Mark legt das Feld dichter beieinander. Hier positioniert sich das Z2 direkt hinter dem One M8 und zieht sogar am Galaxy S5 vorbei. Im Internet ist man wahlweise mit LTE der Kategorie 4 oder per WLAN AC unterwegs. Die Ladezeiten von Webseiten sind angenehm kurz und auch das Navigieren und Zoomen klappt ruckelfrei. In der Praxis ist die Leistung also top. In den Benchmarks muss sich das Z2 aber teilweise der Konkurrenz geschlagen geben und bekommt in dieser Kategorie die Note 2,4. Weiter geht's mit der Ausstattung. Die ist wie bei einem Highend Smartphone gewohnt. Android ist in der neuesten Version 4.4.2 vorinstalliert und Sony setzt auf die neuesten Verbindungsstandards. LTE CAD4, WLAN AC, Bluetooth 4.0, NFC, eine Micro-USB-Buchse mit MHL-Unterstützung sowie Miracast sind an Bord. Allerdings ist der interne Speicher wie bei den meisten Android-Geräten nicht übermäßig groß. 16 GB, von denen noch rund 12 GB frei sind, stehen zur Verfügung. Per Micro-SD-Karte lässt sich der Speicher um bis zu 128 GB erweitern. Insgesamt gesehen hat das Z2 alles an Bord, was das Herz begehrt und bekommt darum von uns die Testnote 1,3. Als nächstes sind Akku und Gewicht an der Reihe. Das Gesamtgewicht ist mit 163 g recht hoch. Weil es aber gut auf der gesamten Fläche verteilt ist, fühlt sich das Smartphone deutlich leichter an. Im Inneren steckt ein 3200 mAh Akku. Der sorgt beim Dauersurfen für eine Laufzeit von 9 Stunden und 28 Minuten. Ein guter Wert. Allerdings hätten wir eine noch höhere Laufzeit erwartet, weil das HTC One M8 mit einem 2600 mAh Akku genauso lange durchhält. Die Energieeffizienz ist beim Z2 demnach niedriger. Insgesamt kommt das Gerät damit auf die Note 2,0. Kommen wir als letztes zur Kamera. Hier setzt Sony wieder auf beeindruckende 20,7 Megapixel. Hinzu kommt der hauseigene Bildsensor Exmor RS. Dank der hohen Auflösung lassen sich Fotos sogar auf Postergröße aufziehen, ohne dass die Bilder pixelig werden. Die Qualität der aufgenommenen Fotos ist sehr hoch, vor allem unter Tageslicht. Aber auch bei schwächeren Lichtverhältnissen fällt uns kaum Bildrauschen auf. Außerdem bietet die Kamera viele verschiedene Aufnahmemodi an, um beispielsweise alle Einstellungen manuell anzupassen oder einem Foto einen unscharfen Hintergrund zu verpassen. Videos nimmt das Z2 auf Wunsch auch in 4K Auflösung auf. Sowohl Foto- als auch Videoqualität können sich wirklich sehen lassen. Dafür gibt's von uns die Note 1,9. Lässt das Z2 die Konkurrenz also hinter sich? Wie fällt das Testfazit aus? Das Sony Xperia Z2 gehört eindeutig in die Smartphone-Oberklasse. Es ist schnell, hat ein gutes Display, einen ausdauernden Akku und eine tolle Kamera. Außerdem ist es schick designt und hochwertig verarbeitet. Für den Testsieg reicht es trotzdem nicht, da die Konkurrenz in verschiedenen Kategorien wie Display oder Performance noch einen kleinen Tick besser ist. In der Praxis wird das allerdings kaum auffallen. Wer also vor der Wahl zwischen den aktuellen Top-Geräten HTC One, Galaxy S5 und Xperia Z2 steht, macht mit keinem etwas falsch. Auch preislich unterscheiden sich die Geräte nicht wesentlich. Das Z2 kostet 679 Euro. Für Besitzer des Vorgängers Z1 lohnt sich der Wechsel allerdings kaum. W dateuit surprised oder die Platten tragel wechseln! Tä Impunch shading breit sur den Digital OP do Kzähler undpez treadmill 혼란 Bowden틀 ein. Typ Appläunder Appläunder